Yo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich Willkommen bei Gengis44TV. Ja, meine Freunde, der Stream vom letzten Mal ist ja leider noch gelb und ich möchte natürlich trotzdem das Thema irgendwo mit euch teilen und euch das alles ein bisschen näher bringen, meine Gedankengänge euch versuchen, irgendwie zu erklären. Und da ist mir ein, beim Kollegen, beim Telefonieren mit einem Freund ist mir da, habe ich wieder eine alte türkische Weisheit gehört oder ein Sprichwort, wie auch immer. Und zwar geht der, sorry, und zwar geht der Umut Fakirin Ekme. Okay, und der Bruder hat mir so krass damit geholfen, ich habe, er hat, weißt du, ich wollte ihm eigentlich die ganze Situation erklären. Ähm, und er meinte so, hey, Bro, du brauchst mir nichts erklären, ich weiß das, ich verstehe dich, ich weiß, warum Sachen so gelaufen sind, wie die laufen. Und dann hat er gesagt, Umut Fakirin Ekme, die türkischstämmigen unter euch, die werden das sofort verstehen. Ähm, für meine deutschen Zuschauer heißt das so viel wie, ähm, Hoffnung ist das Brot der Armen, ja. Und er hat zu mir gesagt, guck mal, ich verstehe deine Moves, ich verstehe das, du hast dich auf andere verlassen. Und du hättest dich auf diese anderen aber nicht verlassen, wenn es dir gut gehen würde, wenn du schon da wärst, wo du sein möchtest. Du hast dich auf diese Leute verlassen, weil du nach oben wolltest, weil du mehr wolltest, weil du zu wenig hattest. Wie auch immer, ne, jetzt ist natürlich jetzt zu wenig haben, man sollte immer zufrieden sein mit dem, was man hat. Trotzdem sollte man natürlich seine Ziele auch irgendwo vor Augen haben. Und sind wir mal ehrlich, jeder, der das hier auf YouTube macht, oder sagen wir 99% der Leute, die hier auf YouTube unterwegs sind, und, ähm, haben ja die Hoffnung, dass sie damit erfolgreicher werden, ne. Oder erfolgreich werden, erfolgreicher werden und, ähm, ja, sich damit halt so was aufbauen, ne. So wie es ein paar der Großen halt geschafft haben, ne. Ob es jetzt hier der König von Madeira ist, ja, der die halbe Insel aufkauft, oder aber halt auch andere, so, bis dahin muss es ja gar nicht, ne. Wobei, vielleicht für den einen oder anderen doch, wie gesagt, also das liegt ja immer bei jedem Menschen persönlich selber, ne. Wo, was er, was er erreichen möchte, womit er sich zufrieden gibt und, und so weiter und so fort. Und als der Bruder das gesagt hat, hat er halt wirklich einen Punkt getroffen, wo ich sage, ja man, das ist so. Er hat es einfach, er hat es, er hat einfach die besseren Worte dafür gefunden. Mhm. Und, ähm, ich wollte das einfach, ich wollte das einfach mit euch teilen. Es ist, ich hätte, ich hätte andere Worte dafür benutzt, aber im Endeffekt kommt es auf dasselbe hinaus. Und man muss ganz klar sagen, ja, warum mischt man sich denn in Sachen ein, ne. Nehmen wir hier, ich möchte den Namen nicht erwähnen, aber dieser, dieser Typ aus Duisburg, mit dem ich meinen Streit hatte, warum habe ich mich denn in diese ganze Sache eingemischt, warum wollte ich denn das Interview haben? Es ging einzig und allein darum, dass man, dass man überhaupt ein Ohr dafür hatte, ein Ohr dafür von, von ihm, ne. Es kam ja, von seinem Umfeld wurde ja gefragt, ob ich ein Interview mit ihm mache. Danach sind ja die ganzen Sachen passiert, es haben sich Leute eingemischt und, und, und. Wenn man jetzt eine Person wäre, die schon hat, was sie möchte, dann, du brauchst diese Story nicht. Warum? Warum dich mit Sachen beschäftigen, wo du potenziell deine Finger dran verbrennen kannst, ne. Es ist genau so, warum, warum sollst du, warum sollst du Gras ticken, wenn deine Taschen voll sind? Es ist, es ist genau dasselbe Prinzip, ne. Und, dass man sich auf andere Leute verlässt, liegt im Endeffekt nur daran, dass man sich drauf verlassen muss, weil man gerade selber nichts hat, weil man alleine das Gefühl gerade hat, weil man nicht das Gefühl hat, dass man alleine weiterkommt. Stellt euch vor, ihr kennt das vielleicht, der eine oder andere kann es vielleicht nachfühlen, ihr habt gerade, ihr habt gerade einen scheiß Monat oder ihr habt gerade scheiß Monate, ihr habt keine Kohle zu Hause und ihr verlasst euch darauf, dass ein Freund vorbeikommt und euch Geld bringt. Und das ist dann auch noch so ein unverletziger Freund, weißt du. Ihr wisst eigentlich, ey, der Typ wird nicht kommen. So, wenn ihr Geld in der Tasche hättet, ihr wisst, ne, wenn ihr Geld in der Tasche hättet und das Ganze wären Schulden, die er vorbeibringen soll, ihr wisst, der Typ kommt nicht. Aber in dem Moment, wo ihr nichts in der Tasche habt und euch der Typ was leihen soll, habt ihr auf einmal Hoffnung darauf, auf denselben unzuverlässigen Typen. Warum? Weil ihr nichts habt. Das ist euer Strohhalm, an dem ihr festhaltet. So, ey, bitte lasst den kommen. Und auf einmal glaubst du selbst dann und irgendwo verarschst du dich auch selbst damit, ja. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie nicht gut daran, die Worte so zu finden oder das Ganze so zusammenzuführen. Vielleicht habe ich einfach zu lange Pause gemacht oder das ist einfach so komplex. Ich will euch so viel sagen. Im Endeffekt kann man dieses Szenario, was ich gerade beschrieben habe, auf die ganze letzte Zeit meiner YouTube-Karriere projizieren. Und, ja, so, das ist eins zu eins die Metapher, die ich die letzten Monate gelebt habe und warum ich die letzten Moves gemacht habe, die ich gemacht habe, ja. Man hat ein bisschen Geld in der Hand. Man möchte nicht, dass das Geld weniger wird. Man investiert es in Sachen, ja. Man glaubt, das ist das Richtige. Familienmitglieder sind schon drin. Und man investiert dann da rein, weil man Angst davor hat. Man sieht, weißt du, du hast eine gewisse Summe in der Hand und du siehst, das wird immer weniger. Möchtest du nicht. So. Und dann machst du den falschen Move. Das ist auch wieder, wenn man da genug hätte, wird man sich mehr Zeit lassen, wird logischer über die Sachen nachdenken, vielleicht weniger risikoreiche Sachen eingehen. Aber weil man Pläne und Träume hat, will man etwas zu schnell. Tja, und wie es halt oft der Fall ist, ne. Agile ishe shaitan radoshit, sagt man bei uns. Das ist ein anderes türkisches Sprichwort, ne. In, ja, das kann man, wie kann man das denn übersetzen. Heißt im Endeffekt so viel wie, ähm, in Sachen, die man schnell machen möchte, mischt sich oft der Shaitan ein. Und, ähm, so ist das, ne. Ja, ich weiß nicht, ob euch, ähm, ich hab keine Ahnung, ob euch mein wirres Gelaber, ähm, hier gefallen hat. Es, ich hab im Endeffekt versucht, wirklich, äh, aus meinem Herz heraus zu sprechen. Und, ob ihr könnt den einen oder anderen Move nachvollziehen. Ich denke, wir werden bestimmt mehr solcher Gespräche in Zukunft haben. Ich möchte auch Community-Talks machen, ähm, dass ihr, wenn ich live bin, auch mit mir reden könnt. Und, ja, wir uns einfach mal gegenseitig austauschen, ne. Gucken, wir können gern drüber reden, was, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, wie wir es in der Zukunft besser machen können. Zu diesem Anlass, was ich auch normalerweise in dem Livestream erwähnt habe, ähm, möchte ich mich auch bei meiner Community entschuldigen. Und, ich gebe jedem eine zweite Chance und hab alle Accounts entsperrt, die jemals auf, auf der Blogliste waren, ja. Hab alle Accounts entsperrt, die jemals auf der Blogliste waren, ähm, in der Hoffnung auch, dass sich diese Leute in Zukunft benehmen. Kritik ist okay. Wie ihr die Kritik äußert, ähm, steht natürlich auf einem anderen Blatt, ne. Guckt bitte, dass wir vernünftig miteinander reden können, ich werde versuchen, nicht mehr respektlos mit euch umzugehen und ich hoffe, ihr seid so fair und, ähm, werdet nicht respektlos mir gegenüber. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und, ähm, freu mich darauf, eure Kommentare zu lesen unter dem Video. Bis dahin, haut rein. Peace, ich bin raus. Euer Christian,